Hier seht ihr im Spezialitäten, was da brauchen. Das wird hier im Grill. Das ist jetzt die Grillseite und drüben gibt es noch eine italienische Seite. Das ist jetzt die Grillseite. Und hier sind wir jetzt im Grillrestaurant. Hier habt ihr die ganzen Gebrenge, wo man sich holen kann. Und um die Ecke ist auf jeden Fall das italienische Buffet. Und da haben wir dann auch Puppe und man kann sich in beiden Restaurants das Gleiche holen. Das ist natürlich super schön. Hier kriegt ihr nämlich wieder ganz andere Salate. Hier gibt es ganz feines Macchop. Das ist mega 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 toll. Das hatte ich heute schon die Tage schon fünfmal. Und hier ist dann das italienische Buffet. Da gibt es dann verschiedene Pizza-Sachen. Verschiedene Hose. Bochetta, Spaghetti, Hose. Das ist super lecker. Und hier dann alles durch den Kuchen. Das ist so voll lecker. Hier sind jetzt verschiedene Kuchen. Dann gibt es Hose. Das ist die Kuchen. Das ist die Kuchen. Und hier ist die Kuchen. Das ist ein Segar, der sich auf der Seite auf der Seite auf der Seite auf der Seite auf der Seite.